Obdachlose Menschen Obdachlose Menschen Obdachlose Menschen Obdachlose Menschen Keine neuen sozialen Trendpunkte, sondern lezentrale integrative Unterbringungen. Wir fordern Sie auf, gegen die Wohnungslehrstand und gegen Mietwucher vorzugehen. Wir bitten Sie, Herr Oberbürgermeister Burkhardt, und wir bitten die Mitglieder des Gemeinderates, uns dazu legen, was Sie gegen die Wohnungsnot und Obdachlosigkeit im Konstanz unternehmen werden. Denn wir alle wissen, Wohnen ist ein Menschenrecht.